Also wir haben hier Heidi und Jette. Das sind zwei Fundhunde. Das heißt, sie wurden in Frankfurt herrenlos aufgefunden und da sie bis jetzt keiner vermisst hat, gehen wir davon aus, dass die ausgesetzt wurden. Also es ist immer schwer zu sagen, weil das Problem bei den Beinen war wirklich, dass sie sehr gesund waren. Also sie sahen wirklich ziemlich gut aus und auch vom Fell her gepflegt, eher noch dick als zu dünn. Die eine hat halt keine Zähne mehr, was auch eigentlich zeigt, dass die tierästlich behandelt wurde, weil die fallen ja nicht einfach so aus. Vielleicht keine Lust mehr gehabt. Also so können wir keine negativen Sachen an den Beinen feststellen. Wir denken, sie leben ewig zusammen, weil sie lieben sich über alles. Das heißt, sie müssen sie auch gemeinsam vermitteln, weil die kann man nicht trennen. Wir haben sie auf circa zehn Jahre geschätzt. Die kleinere von beiden, die Jette, die hat gar keine Zähne mehr. Das ist eigentlich das Einzige, was zu beachten ist. Ansonsten sind sie gewohnheitlich sehr fit. Ja, sehr verschmust, für die kleine Rasse typisch anhänglich und wirklich ein bisschen Schoßhündchen, wobei sie sehr, sehr gerne Gassi gehen. Also die laufen wirklich, ich sag immer, wie kleine Nähmaschinen. Also die tippeln nebeneinander her und wirklich auch noch lange strecken. Das ist gar kein Problem. Kinder dürfen bestimmt vorhanden sein, weil sie schon sehr freundlich sind. Wobei natürlich es nicht zu agil sein sollte im Haushalt, weil es schon ältere Hunde sind. Weil ein bisschen Ruhe brauchen ja so alte Omas auch. Wie ist die Koffer? Wie ist die Koffer? Wie ist die Koffer? Wie ist die Koffer? Die Koffer Бы, war die Koffer. heroes in der Iще, was jemandempo? Vielen Dank!